Ich habe gehört, ihr habt zwar eine interessante Idee gehabt. Jawohl, diese speziellen Zeiten haben uns diese Innovation gebracht. Die Podobox, das bedeutet für Menschen, die eine podologische Untersuchung brauchen, von weiter weg sind, Kontakt meiden möchten, haben wir das entwickelt und funktioniert so. Man hat hier alle Bestandteile drinnen, um sich selbst zu untersuchen. Man fotografiert so einen Körper, hat einzelne Blaupapierabdrücke vom Fuß. Das Ganze wird zu uns zurückgesendet, ausgewertet, angefertigt und man bekommt eine fertige podologische Einlage nach Hause geliefert. Und ihr habt gute Erfahrungen damit im letzten Jahr gemacht. Wir haben sehr gute Erfahrungen. Die Zeit hat uns natürlich jetzt die Idee oder diese Technologie einfach entwickeln lassen. Und es hat sich so gezeigt, dass wir mit dieser Selbstuntersuchung und unseren 30 Jahren Erfahrungen, die Leute machen das wunderbar, die Bilder senden sie uns zu, den Blaupapierabdruck machen sie und anhand dieses Werkzeugs können wir dann einen Entwurf zeichnen und eine podologische Einlage konstruieren. Ja, Resümee, es muss nicht gleich Bandscheibenvorfall sein. Es kann ja auch schon einmal wirklich zwicken und zwacken und das tut es eh fast bei jedem. Ursache wären zum Beispiel die Fußsohlen und mit der Podologie kann ich mir das sehr, sehr einfach helfen.